Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit gleichzeitig auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Und meine Videos sind ja ohnehin immer etwas länger, aber ich denke, mit dem heutigen Fall werden wir den Rahmen von einer Stunde höchstwahrscheinlich sprengen, so wie ich das bei meiner Recherche auch erlebt habe. Dieser Fall ist sehr umfangreich, sehr groß, man muss sehr viele Seiten beleuchten, es gibt so viele Details, die wichtig sind und dementsprechend macht euch darauf gefasst, dass wir heute hier wahrscheinlich sogar etwas länger Zeit miteinander verbringen, als das sonst so üblich ist hier auf diesem Kanal. Bevor wir jetzt mit meinem heutigen Fall anfangen, habe ich aber für all diejenigen von euch, die True Crime nicht nur gerne hier auf YouTube in Form von Videos genießen, sondern das Ganze auch gerne als Podcast hören möchten, wieder ein neues Special von meiner liebsten Podcast-App Podimo. Es gibt einen neuen Link zu Ostern von mir für euch, den ihr in der Infobox findet. Mit diesem Link könnt ihr Podimo, meine liebste Podcast-App, sechs Monate lang zum halben Preis testen. Normalerweise kostet Podimo im Monat 4,99 Euro. Mit meinem Link gibt es das Ganze für die Hälfte. Das heißt, ihr zahlt 2,49 Euro für sechs Monate und könnt dieses riesige, umfangreiche Sortiment von Podimo in Sachen Podcasts und Hörbücher einfach für euch ausprobieren. Podimo, wie gesagt, ist in meinem Alltag immer präsent. Ich bin seit vielen Jahren dabei und dementsprechend kann ich das Ganze auch absolut empfehlen. Es gibt sehr viele gut recherchierte True Crime Podcasts auf Podimo, wo ich auch immer wieder auf Instagram regelmäßig spezielle Empfehlungen gebe von True Crime Podcasts, die mir ganz besonders gut gefallen haben. Aber das Sortiment ist so groß und breit gefächert bei Podimo in Sachen Podcasts, dass es da auch sehr viele andere Podcasts zu verschiedensten Themen gibt, wo ich mich inzwischen auch schon, ja, durchgehört habe und das ich einfach sehr spannend finde. Wenn ihr also Lust habt, schaut gerne in die Infobox, da findet ihr den aktuellen Link zum Osterspecial und dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, Podimo sechs Monate für 2,49 Euro ausprobieren. Jim und Sandra Melga feiern am Abend des 22. Dezember 2012 ihren 32. Hochzeitstag in einem schicken Restaurant in Houston. Und als sie anschließend nach Hause kommen, gehen sie in ihr Badezimmer, steigen in ihren Whirlpool und genießen die nächsten Stunden zusammen in ihrem wunderschönen Haus. Doch in dieser Nacht geschieht ein unglaubliches Verbrechen. Genau in diesem Haus. Denn jemand wird auf brutale Art und Weise ermordet. Alles sieht zunächst nach einem Einbruch aus, der außer Kontrolle geraten sein muss. Doch die Polizei ist ganz schnell anderer Meinung. Ein unglaublicher Fall, dem ein ebenso unglaubliches Urteil folgen wird. Wer also sind Jim und Sandra Melga? Was passierte in den Stunden, nachdem sie vom Essen zurückgekommen sind, in ihrem Haus? Und warum wird dieser Fall auch heute noch als einer der größten Justizskandale überhaupt bezeichnet? Jim Melga wird am 10. August 1960 in Guatemala geboren. Als er drei Jahre alt ist, wandern seine Eltern gemeinsam mit ihm und seinem älteren Bruder in die Vereinigten Staaten aus. Die Familie lebt sich schnell ein in ihrer texanischen Gemeinde und vor allem als Jim dann die Highschool besucht, blüht er förmlich auf. Er ist beliebt, charmant und hochintelligent. In dieser Zeit begegnet er auch zum ersten Mal Sandra, da die beiden 1978 gemeinsam die Lamar Highschool in Houston besuchen. Er wird auf einem Sportplatz auf sie aufmerksam und sie kommen dann auch schnell ins Gespräch. Es entwickelt sich jetzt im Laufe der Zeit eine, so hat es Sandy später immer wieder bezeichnet, tiefe und innige Liebe. Sie sind einfach unzertrennlich. Nach der Highschool gehen sie dann zusammen aufs College, heiraten 1980, kaufen sich anschließend ein großes Haus in Houston, machen viele ausgiebige Reisen in verschiedene Länder zusammen und bekommen vier Jahre nach der Hochzeit zusammen eine Tochter, Liz. Kurz nach der Geburt von Liz treten die Melgas der christlich ausgerichteten Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas bei. Wie und warum genau es zu dieser Entscheidung kam, konnte ich bei meiner Recherche nicht herausfinden. Jedoch trafen sie die Entscheidung, den Zeugen Jehovas beizutreten, gemeinsam. Und sie fühlten sich mit dieser Entscheidung und auch anschließend in dieser Religionsgemeinschaft sehr gut aufgehoben. Jim und Sandy gelten als Traumpaar. Sehr eng verbunden, immer füreinander da. Seit ihrer gemeinsamen Zeit auf der Highschool haben sie sich jetzt Schritt für Schritt ein wundervolles Leben aufgebaut. Und dass sie sich sehr geliebt haben, war für jeden, der sie gut kannte, offensichtlich. Und auch an kleinen Gesten immer wieder, auch für die Außenwelt, wahrnehmbar. Sie brachten sich oft zum Beispiel gegenseitig Geschenke mit und überraschten sich regelmäßig mit kleinen Gesten. Freunde hatten später berichtet, dass man bei Jim und Sandy auch nach so vielen Jahren Ehe einfach spüren konnte, wie wichtig sie füreinander waren und wie sehr sie sich gegenseitig schätzten. Es gab wohl nur sehr selten Streit im Hause Melga. Wenn es Probleme oder Schwierigkeiten gab, dann wurden diese immer sofort angesprochen und es wurde dann versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und dieses Wort gemeinsam spielte wohl in der Ehe von Jim und Sandy ohnehin eine zentrale Rolle. Alleingänge gab es in ihrer Ehe nicht. Die beiden gingen immer alles zusammen an. Und das ist wohl auch mit ein Grund dafür, dass es so selten zu größeren Streitereien oder Auseinandersetzungen gekommen ist. Die Dinge wurden immer direkt beim Namen genannt. Und auch Liz, die gemeinsame Tochter von Jim und Sandy, hat später erzählt, dass sie sich nicht daran erinnern kann, dass ihre Eltern, als sie noch Kind war oder auch als Jugendliche, als sie noch zu Hause gewohnt hat, sich jemals groß miteinander gestritten hätten oder dass sie sich an längere Auseinandersetzungen zwischen den beiden erinnern könnte. Ganz im Gegenteil. Es war immer sehr harmonisch zu Hause. Aber weil wir gerade ohnehin schon bei Liz sind, auch als Eltern waren Jim und Sandy sehr engagiert. Sie vergötterten ihre einzige Tochter und taten alles dafür, ihr die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen. Und das war auch gut möglich, denn Jim bekam einen lukrativen Job als IT-Techniker und Sandy arbeitete als Krankenschwester in Houston. Dank harter Arbeit und viel Fleiß lief es also auch finanziell äußerst gut. Doch wer jetzt denkt, dass auch die Melgas, eines dieser perfekten Paare, ohne die geringsten Schwierigkeiten mit einem Haus, einem Kind, einem Hund und einem weißen Gartenzaun um das alles herum gewesen sind, der irrt. Denn Sandra Megger hatte seit langer Zeit schwerwiegende gesundheitliche Probleme, die natürlich in erster Linie Auswirkungen auf sie selbst, aber natürlich auch auf die gesamte Familie hatten. Sandra litt an Lupus, eine entzündliche Autoimmunerkrankung, die vielfältige Erscheinungsbilder hat, schubhaft auftritt und sowohl Haut und Gelenke, aber auch innere Organe wie die Nieren oder auch das Nervensystem betreffen kann. Außerdem wurde bei Sandra schon früh Epilepsie diagnostiziert. Darüber hinaus hatte sie sich in den letzten Jahren drei schweren Hüftoperationen unterziehen müssen und es ist erst wenige Jahre her, dass Sandra eine ganze Zeit lang im Krankenhaus aufgenommen werden musste, da ihre gesamte linke Körperhälfte auf einmal nichts mehr funktionsfähig war. Daraufhin folgten dann mehrere Kuraufenthalte und im Anschluss lange Reha-Behandlungen. Sandra Melga musste täglich verschiedene Medikamente einnehmen, unter anderem starke Schmerzmittel aufgrund ihrer Probleme mit den Hüften nach den zurückliegenden Operationen. Aber auch wegen ihren chronischen Erkrankungen, der Epilepsie, dem Lupus und auch ihrer Arthritis, die sich langsam zeigte, nahm sie täglich verschiedene Medikamente ein. Sie war gut eingestellt und mit den richtigen Medikamenten und mit der richtigen Behandlung können diese Erkrankungen auch gut behandelt werden. Allerdings muss man ganz klar sagen, dass Sandra Melga in ihrem Alltag aufgrund ihrer Krankheiten auf Hilfe angewiesen gewesen ist. So hatte sie zum Beispiel auch eine Gehhilfe, einen Stock, den sie immer wieder benutzen musste, vor allen Dingen, wenn sie aus dem Haus ging. Abgesehen von den Schmerzen, die sie also täglich begleiteten, ist auch die Liste der anderen Symptome, die sich in ihrem Alltag mal mehr und mal weniger deutlich zeigten, sehr lang. Sie litt zum Beispiel unter chronischem Schwindel, Schlafstörungen, weswegen sie oft einfach geschwächt und chronisch müde war. Dazu kamen auch ihre epileptischen Anfälle. Auch wenn sie diese in den letzten Jahren eher seltener gehabt hatte, dank der guten Medikamenteneinnahme, so war es eben etwas, was in Sandra Melgers Leben immer präsent gewesen ist. Jim hatte sich niemals negativ über seine Frau oder über die Tatsache, dass sie vor allen Dingen im Alltag auf seine Hilfe angewiesen gewesen ist, geäußert. Es war eher genau anders herum. Er stand voll und ganz hinter ihr. Er unterstützte sie, wo es nur ging, war immer für sie da. Und er wusste instinktiv, wann, was und wie viel Sandra von ihm brauchte und auch erwartet hat. Und Familie und Freunde hatten auch anschließend berichtet, dass seit der Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Sandra sie das Gefühl hatten, dass die beiden als Paar noch mehr zusammengewachsen sind, als das ohnehin schon immer der Fall war. Auch die Tatsache, dass Sandra aufgrund der Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes über die Jahre ihren Beruf als Krankenschwester irgendwann endgültig aufgeben musste, änderte daran nichts. Die Jahre vergehen und Jim und Sandy leben ihr Leben. Ihre inzwischen erwachsene Tochter zieht von zu Hause aus, geht zur Uni, studiert, lernt dort ihre große Liebe kennen und geht mit diesem Mann ins Ausland. Und trotzdem, dass sie ihre Tochter schmerzlich vermissen, die jetzt weit weg in London lebt, leben Jim und Sandra ein sehr erfülltes Leben zusammen und haben Pläne für die Zukunft. Vor allen Dingen für ihren Ruhestand. Jim hat noch sechs Monate bis zur Rente und die beiden wollen sich einen lang gehegten Traum erfüllen. Ein Haus am Strand. Und das ist fast täglich Thema bei den beiden. Also sie reden immer darüber, wann, wie und wo sie sich diesen großen Traum eines Hauses irgendwo weiter weg erfüllen könnten. Doch all diese Pläne und die große Vorfreude auf die Zukunft sollten bald keine Rolle mehr spielen. Denn jetzt kommen wir zum 22. Dezember 2012. An diesem Samstag wollen Jim und Sandra nämlich jetzt ihren Hochzeitstag nachfeiern. Ursprünglich war dieser eigentlich schon zehn Tage zuvor. Doch da ging es Sandra gesundheitlich wieder einmal so schlecht, dass es einfach nicht möglich gewesen ist, das Haus zu verlassen. Darum verschob sich jetzt zumindest das Nachfeiern ihres 32. Hochzeitstages auf den Tag, über den wir jetzt sprechen. Auf Samstag, den 22. Dezember 2012. Der Plan war jetzt zunächst einmal an diesem Samstagabend gemeinsam in ihrem mexikanischen Lieblingsrestaurant in Houston zu Abend zu essen und anschließend wollten sie es sich dann noch zu Hause gemütlich machen. Zu spät sollte es aber dann doch nicht werden, denn für den nächsten Tag, also dem 23. Dezember, hatte sich Jims älterer Bruder Herman mit seiner Familie zu Besuch angekündigt. Man wollte Nachmittag gegen 16 Uhr sich erstmal gemütlich zum Kaffeetrinken zusammensetzen und dann war auch noch ein ausgiebiges Essen geplant. Doch zunächst beginnt jetzt erst einmal ein Abend nur für Sandra und Jim. Nach dem Essen im Las Kucos fahren die beiden auf dem Weg zurück nach Hause noch an einem Supermarkt vorbei. Dort kaufen sie Cola, Sprite und Erdbeeren, denn es war geplant, wenn sie zu Hause ankommen, dass sie sich noch einige Cocktails mixen wollen. Auch der Mixer hatte einige Wochen zuvor den Geist aufgegeben, weswegen sie im Supermarkt auch noch einen neuen kaufen. Anschließend fahren sie dann nach Hause. Zu Hause angekommen, es ist jetzt circa 22 Uhr, läuft erst einmal alles normal und entspannt weiter. Die beiden mixen sich in der Küche ihre Cocktails und gehen dann anschließend ins Badezimmer, wo sie einen großen Whirlpool haben. Normalerweise trinkt Sandra Melga keinen Alkohol, aber zu besonderen Anlässen macht sie dann doch selten eine Ausnahme. Ja, es gibt Rum und Cola und auch natürlich die Cocktails, die sie gemixt haben und Erdbeeren mit Sahne mit dazu. Und sie genießen die Zeit bei Kerzenschein in ihrem Whirlpool. In dieser Situation unterhalten sich Jim und Sandra jetzt sehr lange und intensiv über die verschiedensten Themen. Also sie sind sehr lange in diesem Whirlpool im Badezimmer zusammen. Es ging unter anderem um Liz, also um die gemeinsame Tochter. Über sie wurde viel gesprochen und es ging eben auch wieder um ihre Zukunft. Um einige Reisen, die sie geplant hatten. Und natürlich auch um das Haus am Strand, das sie sich kaufen wollten, sobald Jim jetzt in Ruhestand geht. Doch dieses gemütliche Beisammensein wird jetzt abrupt durch lautes Hundegebell auf einmal unterbrochen. Die Melgas haben vier Hunde. Ein Chihuahua, ein Zwergspitz und die zwei dazugehörenden Welpen. Es ist kurz nach Mitternacht und die letzten zwei Stunden haben sich die Hunde im Wohnzimmer ruhig verhalten. Jetzt auf einmal also dieses laute Gebell aus dem Garten. Die Hunde können nämlich durch die Hintertür, durch eine Klappe jederzeit in den Garten hinaus. Und offensichtlich haben sie irgendwas gehört oder mitbekommen. Denn das Gebell kommt eindeutig und das können Jim und Sandy im Badezimmer auch klar ausmachen aus dem Garten. Jim kommt das etwas seltsam vor. Er beschließt nachzusehen, was los ist. Er steigt also aus dem Wasser, nimmt ein Handtuch, schwingt es sich um den Körper und geht hinaus aus dem Bad. Dabei schließt er die Tür. Sandy beschließt, im Wasser sitzen zu bleiben und auf ihren Mann zu warten. Fünf bis zehn Minuten vergehen jetzt. Doch Jim kommt nicht zurück. Sandy beschließt also jetzt, für heute auch Schluss zu machen. Auch sie steigt aus dem Whirlpool und trocknet sich mit einem Handtuch ab. Wichtig zu wissen ist, dass die Melgas ein sehr großes Badezimmer haben, in dem sich auch ein begehbarer Kleiderschrank befindet. Nachdem Sandy sich abgetrocknet hat, öffnet sie diesen Kleiderschrank und holt sich dort eines ihrer Nachthemden heraus. Sie zieht das Nachthemd über und setzt sich anschließend auf einen Stuhl, der ebenfalls im Badezimmer steht. Und jetzt beginnt sie damit, ihre Füße einzucremen. Und dann wird es auf einmal dunkel um Sandra Melga. Es ist der nächste Tag, Sonntag, 23. Dezember 2012. Gegen 16 Uhr kommt Herman Melga, Jims älterer Bruder, wie vereinbart mit seiner Frau Maria und seinen beiden Töchtern am Haus seines Bruders an. Er parkt das Auto in der Einfahrt und die vier steigen aus und gehen zur Tür. Herman klingelt. Doch außer lautem Hundegebell aus dem Inneren des Hauses, rührt sich nichts und niemand öffnet. Herman klingelt ein zweites und auch ein drittes Mal, doch keiner kommt zur Tür. Das ist ungewöhnlich, denn Jim und Sandy sind äußerst zuverlässig. Außerdem war der Besuch lange geplant und erst drei Tage vorher hatte er mit Jim gesprochen. Und sie hatten natürlich auch noch einmal vereinbart, ob denn dieser Besuch zum Kaffeetrinken und zum Abendessen noch steht. Und Jim hat das bestätigt. Deswegen ist es jetzt ungewöhnlich, dass offensichtlich keiner zu Hause ist. Herman beschließt also jetzt zunächst einmal, auf die Rückseite des Hauses zu gehen, denn dort gibt es eine Hintertür. Er ist in der Hoffnung, dass diese vielleicht offen ist und Jim und Sandy einfach das Klingeln aus irgendwelchen Gründen nicht gehört haben. Doch auch die Hintertür ist abgeschlossen und auch als er gegen die Hintertür klopft, öffnet ihm niemand. Herman kommt zurück zur Vordertür, wo seine Frau und seine beiden Töchter auf ihn warten. Er möchte jetzt nachsehen, ob es vielleicht sein kann, dass Jim und Sandy, warum auch immer, spontan weggefahren sind. Er macht sich auf zur Garage und diese ist offen. Er schiebt also das Rolltor bis ganz nach oben und der Wagen seines Bruders steht wie immer geparkt in der Garage. Herman weiß, dass man auch durch die Garage ins Haus kommen kann, denn es gibt eine Tür direkt hinter dem Auto, die dann ins Innere des Hauses führt und diese Tür ist nicht abgeschlossen. Er, Maria und die beiden Mädchen gehen also ins Haus hinein. Zunächst ist alles dunkel und das Einzige, was Herman weiterhin hört, ist das laute Gebell der Hunde. Doch als er das Licht einschaltet, da läuft es ihm eiskalt den Rücken hinunter. Denn das Haus ist ein einziges Chaos. Schubladen sind aufgezogen. Der Inhalt der Schubladen liegt verstreut überall auf dem Boden. Eine Vase ist zerbrochen, die Scherben liegen überall und die Küchenschränke stehen ebenfalls offen. Inzwischen kommen auch die Hunde angelaufen und springen laut bellend und hysterisch an seinen Beinen hoch. Herman ruft nach seinem Bruder Jim und auch nach seiner Schwägerin. Doch das Bellen der Hunde ist so laut, dass er zunächst nichts hören kann. Doch als er etwas weiter ins Haus hineingeht und wieder nach Jim und nach Sandy ruft, da hört er die gedämpften Schreie nach Hilfe. Herman läuft jetzt quer durchs Haus in Richtung Badezimmer, wo er diese gedämpften Schreie hören kann. Er reißt die Tür auf, stürmt ins Badezimmer hinein und sieht vor dem begehbaren Kleiderschrank unter dem Türknauf einen Stuhl stehen, der verhindert, dass die Tür des Kleiderschranks von innen geöffnet werden kann. Der Stuhl verbarrikadiert sozusagen die Kleiderschranktür. Herman packt jetzt diesen Stuhl, reißt ihn zur Seite, öffnet die Tür des begehbaren Kleiderschrankes und zieht vor sich auf dem Boden seine Schwägerin Sandra liegen. Es ist ein unfassbarer Anblick. Sandra liegt dort mit dem Gesicht nach unten. Ihre Hände sind auf dem Rücken mit einem Seil zusammengebunden. Auch ihre Füße sind mit einem Schal an den Knöcheln gefesselt. Sandra ist unheimlich schwach. Sie kann kaum ihre Augen richtig aufhalten. Und als Herman jetzt versucht, den Schal, der ihre Knöchel zusammengebunden hat, zu lösen, steigt ihm ein starker Geruch von Urin in die Nase. Ihm wird in dem Moment klar, dass Sandra in ihrem eigenen Urin und auch in ihrem Kot liegt. Außerdem hat sie sich wohl auch erbrochen. Herman versucht jetzt zunächst einmal, Sandra von ihren Fesseln zu befreien. Der Schal, der ihre Knöchel zusammenhält, geht nach einigem Hin und Her dann auch auf. Allerdings, als er dann versucht, sie von dem Seil zu befreien, das ihre Arme bzw. ihre Handgelenke zusammenhält, gelingt ihm das schlichtweg nicht, weil dieses Seil so oft und so stark um ihre Handgelenke geschlungen ist, dass er es nicht aufbekommt. Sandra flüstert ihm zu, dass es in einer der Schubläden im Badezimmer eine Schere gibt. Herman öffnet den Schub, findet die Schere, geht wieder zurück in den begehbaren Kleiderschrank hinein und schafft es dann, die Fessel um die Handgelenke aufzuschneiden. Sandra ist frei. Herman fragt sie natürlich, was passiert ist und sie antwortet sehr leise, denn sie ist immer noch sehr schwach, dass sie glaubt, einen epileptischen Anfall gehabt zu haben. Inzwischen ist auch Maria, Hermans Frau, im Badezimmer angekommen und gemeinsam mit ihm helfen sie Sandra auf die Beine. Sie sagt, dass ihr schwindlig ist und dass ihr ihr Kopf wahnsinnig wehtut. Und die erste Frage, die sie stellt, als sie halbwegs auf ihren Beinen stehen kann, ist, wo ist Jim? Wo ist Jim? Maria bleibt jetzt bei Sandy im Badezimmer und Herman stürmt hinaus. Er muss seinen Bruder finden und läuft durchs ganze Haus. Als er im Schlafzimmer ankommt, findet er Jim. Er liegt dort auf dem Boden, nackt und um ihn herum jede Menge Blut. Er liegt direkt vor seinem Kleiderschrank in seinem Schlafzimmer, der geöffnet ist. Im Kleiderschrank sieht Herman auch Jims Waffe, die er dort versteckt hat. Offensichtlich hat er versucht, noch an die Waffe heranzukommen, um sich gegen denjenigen zu verteidigen, der ihn angegriffen hat. Doch das ist ihm nicht mehr gelungen. Denn so wie es aussieht, wurde er kurz vor dem Erreichen der Waffe niedergestochen. Auch Sandra kommt Sekunden später humpelnd und gestützt von Maria ins Schlafzimmer und sieht dort ihren Mann tot auf dem Boden liegen. Und dass Jim tot ist, das stellt dann auch wenige Minuten später der Notarzt fest, der am Haus der Melgars ankommt. Bei der Autopsie wird später festgestellt werden, dass insgesamt 31 Mal auf Jim Melgar mit einem Messer eingestochen worden ist. Außerdem wurden seine Füße mit einem Telefonkabel gefesselt und um seine Brust liegt ein dickeres, rotes Seil, lose, geschlungen. Außerdem werden bei Jim Melgar auch unheimlich viele Abwehrverletzungen bei der Autopsie festgestellt. In allererster Linie natürlich in seinen Handinnenflächen, aber auch an seinen kompletten Armen und an anderen Körperstellen können Abwehrverletzungen ausgemacht werden. Es steht völlig außer Frage, dass hier ein Kampf stattgefunden haben muss, bei dem Jim Melgar verzweifelt versucht hat, sich gegen den Angreifer, der mit dem Messer auf ihn losging, zu schützen. Insgesamt zählt der Gerichtsmediziner 50 Verletzungen, bestehend aus den tödlichen Stichen, den Schlägen und Abwehrverletzungen an Jim Melgars Körper. Auch die Polizei trifft kurz nach dem Notarzt ein und ich glaube, man kann sich nur schwer vorstellen, was in den späten Nachmittagstunden des 23. Dezember im Haus der Melgars los gewesen ist. Sandra, die offensichtlich einen Blackout hatte, erfährt jetzt auch, wie genau ihr Mann eigentlich gestorben ist, auf welche Art und Weise er zu Tode kam. Unvorstellbar. Die Polizei durchsucht jetzt das Haus, sichert erste Spuren und macht Fotos. Auch von Sandra Melgar wird ein Foto gemacht, einige Zeit nachdem die Polizei im Haus angekommen ist und man sieht ihr auf diesem Foto an, wie ich persönlich finde, was sie offensichtlich in den letzten Stunden durchgemacht hat. Sandra sagt auch dem Notarzt und auch der Polizei, dass sie starke Kopfschmerzen hat und dass sie sich sehr benommen fühlt. Der Notarzt, der sie nur flüchtig untersucht und auch die Polizei, bieten Sandra an, jetzt zunächst einmal ins Krankenhaus zu fahren. Sandra sagt auch zuerst, dass sie ins Krankenhaus möchte, allerdings vergeht dann wohl noch einige Zeit und sie beschließt dann doch, nicht ins Krankenhaus zu wollen, da sie sich eben jetzt wieder ein bisschen wacher und ein bisschen fitter fühlt und deswegen sich auch bereit erklärt, direkt mit der Polizei zum Revier zu fahren für eine erste Befragung. Denn natürlich muss die Polizei jetzt so viel wie möglich, so schnell wie möglich erfahren, was Sandra über das, was in diesen letzten vielen Stunden und vor allen Dingen am Abend und in der Nacht zuvor in diesem Haus passiert ist. Und ganz genau so kommt es dann auch. Am späten Abend sitzt Sandra also auf dem Polizeirevier in Houston, den beiden leitenden Ermittlern in einem Befragungsraum gegenüber. Diese Befragung wurde auf Video aufgezeichnet und geht jetzt erst einmal über zwei Stunden. Und es wird relativ schnell klar durch die Art, wie Sandra befragt wurde und vor allen Dingen auch die Art der Fragen, die ihr gestellt worden sind, dass die Polizei offensichtlich schnell zu der Erkenntnis gekommen ist, dass sie selbst etwas mit der Ermordung ihres Mannes zu tun haben muss und dass dieser Einbruch, der da offensichtlich stattgefunden hat und auch die Art und Weise, wie Sandra in ihrem begehbaren Kleiderschrank gefesselt aufgefunden wurde, von ihr selbst inszeniert worden sein muss. Die einen oder anderen von euch werden sich vielleicht an dieser Stelle fragen, wie zum Teufel man jetzt darauf eigentlich kommt und was der Polizei für Indizien oder auch Beweise mit der Zeit vorliegen, um ihr das jetzt auch zu unterstellen. Sehen wir uns doch diese Indizien, die die Polizei glaubt zu haben, einmal etwas genauer an. Die Tatsache, dass sich Sandra Melger an so gut wie überhaupt nichts erinnern kann, nachdem sie Stunden zuvor aus dem Whirlpool gestiegen ist, um sich ein Nachthemd anzuziehen und sich anschließend einzucremen, macht sie verdächtig für die Polizei. Denn es ist natürlich praktisch, einfach einen Blackout zu haben, sobald mutmaßlich Einbrecher im Haus sind. Denn wenn sie sich an nichts erinnern kann, dann kann sie eben nichts erzählen und sich somit auch nicht selbst belasten. Da sie aktuell, auch während ihrer ersten Befragung bei der Polizei, immer noch starke Kopfschmerzen hat, sagt sie auch direkt, dass sie glaubt, einen epileptischen Anfall gehabt zu haben. Das Gefühl nach so einem Anfall ist Sandra aus ihrer Vergangenheit sehr wohl bekannt. Und es ist ein bestimmtes körperliches Gefühl, das man nach so einem Anfall offensichtlich hat. Und es sind auch diese ganz spezifischen Kopfschmerzen, die sie in der Vergangenheit nach einem epileptischen Anfall immer mehrere Stunden lang noch gehabt hat. Und ganz genau so fühlt sie sich jetzt. Und das sagt sie auch ganz deutlich. Doch auch das glaubte die Polizei nicht. Zwar wurde bei Sandra Maga Epilepsie diagnostiziert, und sie sagt das den Ermittlern auch. Sie nimmt ja auch Medikamente dafür ein. Allerdings gibt sie ebenso zu, schon seit längerer Zeit jetzt keinen Anfall mehr gehabt zu haben. Und jetzt ausgerechnet in dieser Situation soll es genauso gewesen sein. Die Polizei glaubt, dass das eine passende Ausrede ist. Vor allen Dingen deswegen, weil Sandra Maga zwar über starke Kopfschmerzen klagt und die Vermutung hat, einen Anfall gehabt zu haben. Jedoch hat sie keine sichtbaren Verletzungen am Kopf. Zum Beispiel, die durch einen härteren Schlag oder ähnliches sichtbar gewesen wären und so einen Anfall zum Beispiel ausgelöst haben könnten. Was dazu kommt, ist, dass die Polizei auch gleich registriert, dass Sandra keine sichtbaren Verletzungen an ihren Handgelenken hat. Wenn es also so gewesen ist, wie sie sagt, dass sie über so viele Stunden an den Handgelenken gefesselt in diesem begehbaren Kleiderschrank gelegen hat, dann müsste sie laut den Ermittlern ja irgendwelche Spuren an den Handgelenken haben. Doch die sind da nicht. Sandra erzählt den Ermittlern in dieser ersten Befragung alles, woran sie sich erinnern kann. Doch die Polizei legt ihr im Prinzip das meiste, was sie sagt, direkt gleich negativ aus und verwendet das, was sie sagt und ihre Erinnerungslücken, um es ihr negativ auszulegen. Zum Beispiel gibt es direkt gleich am Anfang Verwirrung über die Uhrzeiten. Sandra sagt, dass sie und Jim so gegen Mitternacht zu Hause in ihrem Haus angekommen sind, was aber nicht stimmen kann, denn sie waren um 21.30 Uhr im Supermarkt und haben dort Erdbeeren, Cola, Sprite und auch den Mixer gekauft. Davon gibt es eine Quittung mit einer Uhrzeit, die zeigt, dass Sandra und Jim gegen 22 Uhr nach Hause gekommen sein müssen. Sandra sagt auch immer wieder, dass sie sich nicht genau erinnern kann, dass ihr Kopf wehtut und dass sie eben Erinnerungslücken hat. Und gerade mit den Uhrzeiten ist es eben auch oftmals schwierig, wenn man bedenkt, was Sandra auch in den letzten Stunden offensichtlich durchgemacht hat. Doch die Polizei glaubt, dass sie durch die falschen Angaben der Uhrzeiten die Ermittler verwirren möchte. Außerdem beschreibt Sandra dann auch, wie dieser Abend anschließend abgelaufen ist und erzählt, dass sie und Jim im Whirlpool gesessen haben, als sie die Hunde laut im Garten haben Bällen hören. Und daraufhin wäre Jim aufgestanden, um nachzusehen, was los ist. Die Polizei fragt Sandra auch, wie lange es gedauert hat, bis sie selbst aus dem Whirlpool hinausgegangen ist, weil Jim ja nicht wiederkam. Und Sandra sagt, dass sie es nicht genau sagen kann, so zwischen 5 und 10 Minuten. Doch auch das glaubt ihr die Polizei absolut nicht. Denn für sie ist es unvorstellbar, dass Sandra zwar das Bällen der Hunde gehört haben will, dann aber, kurz nachdem Jim aus dem Bad ging, nichts davon mitbekommen haben möchte, was in ihrem Haus jetzt passiert ist. Und was passiert ist, war, dass es einen Kampf gegeben haben muss. Auf Jim Melger wurde 30 Mal mit einem Messer eingestochen. Er muss laut geschrien haben. Das muss Sandra einfach gehört haben, so die Annahme der Polizei. Denn das Badezimmer und das Schlafzimmer, wo Jim Melger tot gefunden wurde, sind 10 Meter voneinander entfernt. Wie kann es sein, dass sie die Hunde hat Bellen hören, aber die Schreie und den Kampf um Leben und Tod ihres Mannes dann nicht mitbekommen haben will? Aber einen Angriff durch mögliche Einbrecher schließt die Polizei ohnehin zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schon komplett aus. Denn sie konfrontieren Sandra auch damit, dass es keinerlei Einbruchsspuren gegeben hat. Weder an der Vordertür noch an der Hintertür. Ein weiterer Grund, warum die Polizei bereits jetzt Sandra verdächtigt, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun zu haben, ist die Tatwaffe. Das Messer, mit dem Jim erstochen worden ist, wurde beim Eintreffen der Polizei im Wasser, liegend im Whirlpool gefunden. Und es stammt nachweislich aus dem Haus der Melgers. Denn in der Küche, in einer der Schubläden, wurde ein Messerset gefunden, zu dem nachweislich dieses Messer, mit dem Jim erstochen wurde, gehört. Man muss sich also auch in diesem Fall wieder die gute alte Frage stellen, warum jetzt Täter, die vorhaben, in ein Haus einzubrechen, ihre Waffen nicht selbst mitbringen, sondern beschließen sich gegen eventuelle Hausbewohner, die sich ihnen entgegenstellen könnten, oder auch Hunde, die im Haus sind, mit einer Waffe zur Wehr zu setzen, die sie erst einmal im Haus selbst suchen müssen. Auch die Dinge, mit denen Jim und Sandy gefesselt worden sind, das heißt, die Seile, der Schal und auch das Telefonkabel, stammen allesamt aus dem Haus, aus dem Besitz der Familie Melga. Ein weiteres Indiz für die Polizei, dass der Täter nicht von außen kam, denn die haben ja, laut den Ermittlern, in der Regel ihr Werkzeug mit dabei. Die Polizei konfrontiert Sandy jetzt auch damit, dass dieser Einbruch an sich, beziehungsweise das, was die mutmaßlichen Einbrecher im Haus überhaupt veranstaltet haben sollen, ihrer Meinung nach sehr gestellt aussieht. Die Schubläden, die in sämtlichen Zimmern offen stehen, sind teilweise noch nicht einmal so weit offen, dass man überhaupt nicht richtig hineinsehen kann. Bei manchen Schüben wurde der Inhalt offensichtlich auch nicht durchwühlt, sondern die Schubläden wurden einfach nur aufgezogen. Was dazu kommt, ist, dass sehr viele Dinge von Wert beim Eintreffen der Polizei im Haus einfach so noch herumlagen, wie zum Beispiel Schmuck, Fernseh, Computer oder auch Handys. Ein weiterer Punkt ist der Stuhl, der unter den Türknauf des begehbaren Kleiderschrankes geschoben worden ist und damit Sandy in den Kleiderschrank eingesperrt und die Tür blockiert hat, dass sie nicht mehr rauskommt. Diesen Stuhl, so zeigt eine spätere Rekonstruktion der Polizei, konnte von Sandy ohne große Schwierigkeiten dort selbst so platziert worden sein, indem sie in den Schrank hineingeht, die Tür einen Spalt offen lässt, den Stuhl heranzieht und dann den Stuhl unter diesem Knauf einklemmt und die Tür schließt. Das hat diese Rekonstruktion wohl gezeigt, dass das sie selbst so getan haben könnte. Eine weitere Rekonstruktion der Polizei, die dann auch später von der Staatsanwaltschaft übernommen worden ist, soll außerdem beweisen, dass Sandra Melger nicht nur sich selbst in den Kleiderschrank hat einsperren können, sondern dass sie auch selbst in der Lage dazu war, sich sowohl ihre Füße mit dem Schal zu fesseln, als auch ihre Hände sich auf dem Rücken zusammenzubinden. Ein weiteres Indiz der Polizei für die Schuld von Sandra Melger ist auch die Tatsache, dass sie sich während dieser ersten Befragung jetzt geweigert hat, einen Lügendetektortest zu machen, um sich selbst zumindest teilweise zu entlasten. Die Polizei hat ihr angeboten, diesen Lügendetektortest jetzt sofort zu machen. Sie hat abgelehnt. Fassen wir jetzt also die Theorie sowohl der leitenden Ermittler als aber auch später der Staatsanwaltschaft, die Sandra Melger wegen Mordes an ihrem Mann anklagen und vor Gericht stellen werden, noch einmal zusammen. Denn das Motiv scheinen sie offensichtlich auch schon festgestellt zu haben. Es gab niemals einen Einbruch in dieses Haus. Es war stattdessen so, dass Sandra sich von Jim trennen wollte. Doch da bei den Zeugen Jehovas Scheidungen nicht gerne gesehen werden, musste sich Sandra anderweitig aus dieser Ehe befreien. Zusätzlich gab es noch eine Lebensversicherung von 500.000 Dollar, die auf Jim abgeschlossen worden ist. Und dieses Geld konnte Sandra dann eben auch gleich mitnehmen und bietet ein passendes Motiv. Als die Melgers vom Essen nach Hause gekommen sind, lief es nämlich laut Theorie von Polizei und Staatsanwaltschaft ganz anders ab. Die Version von Polizei und Staatsanwaltschaft deckt sich zunächst einmal mit dem, was Sandy erzählt hat. Als die beiden vom Essen nach Hause gekommen sind, sind sie tatsächlich zusammen in den Whirlpool gegangen. Doch dann, so die Theorie weiter, hätte Sandy ihren Mann Jim mit der Aussicht auf ein Fesselabenteuer ins Schlafzimmer gelockt. Wir erinnern uns zurück, genau dort wurde Jim ja gefunden. Ein Indiz, dass das genauso abgelaufen sein soll, ist für die Polizei ein Stuhl, der im Schlafzimmer direkt neben dem Bett gefunden worden ist. Dieser Stuhl stammt eigentlich ursprünglich aus dem Esszimmer der Melgers. Denn dort findet sich ein Tisch mit vier Stühlen und einer dieser Stühle fehlt. Der steht im Schlafzimmer. Auf diesem Stuhl wurden Blutspritzer und auch auf der Vorderseite Blutflecken gefunden. Die Polizei sagt, dass kein Einbrecher jetzt auf die Idee kommen würde, einen Stuhl von der Küche ins Schlafzimmer hinauf zu tragen. Deswegen ist es ihre Annahme, dass Sandy diesen Stuhl ins Schlafzimmer geschleppt hat, um Jim eben zu überreden, sich auf diesen Stuhl zu setzen, dass sie ihn dort dann fesseln konnte, um eben dann mit ihrem Liebesspiel zu beginnen, mit dem sie ihn dann ins Schlafzimmer gelockt hat. Das würde nämlich auch die Blutspuren auf dem Stuhl erklären. Denn die Polizei glaubt, dass Sandy Jim dann gefesselt hat mit dem Telefonkabel und ihn an dem Stuhl fixiert hat und dann angefangen hat, 30 Mal auf ihn einzustechen. Anschließend, nachdem Jim dann tot war, hätte Sandy ihn von dem Stuhl auf den Boden in Richtung Wandschrank gezogen, wo er ja dann auch gefunden wurde und hätte ihn dort liegen lassen. Dann hat sie das ganze Haus so präpariert, wie die Polizei es viele Stunden später vorgefunden hat und hätte sich im Anschluss dann selbst in den begehbaren Kleiderschrank im Badezimmer eingesperrt und sich dort dann selbst gefesselt, sowohl ihre Füße als auch ihre Hände. Da sie wusste, dass viele Stunden später Herman und seine Familie kommen und sie finden würde, hat sie dann einfach in diesem Schrank abgewartet. Die Theorie, dass die 53 Jahre alte, 1,63 große und 68 Kilogramm schwere, chronisch kranke Sandra Melger, die ohne ihre Medikamente und ihre Gehhilfe und ohne die Unterstützung auch von anderen Menschen in ihrem Leben ihren Alltag nicht hat bewältigen können, jetzt ihren Ehemann, der sich mit aller Kraft gegen seinen Angreifer gewehrt hat, brutal ermordet haben soll, ohne dass sie dabei auch nur selbst einen einzigen Kratzer oder Blutspritzer abbekommen hat, kommt euch doch etwas seltsam vor. Ja, und da sind wir dann genau bei dem, was ich euch am Anfang in diesem Video erzählt habe, nämlich bei einem waschechten Justizskandal. Denn Sandra Melger wird wegen Mordes an ihrem Ehemann Jim im Jahr 2017 zu 27 Jahren Haft verurteilt. Und der Skandal besteht einfach für die meisten Menschen darin, dass es dieses Urteil überhaupt gegeben hat bzw. dass Sandra Melger überhaupt angeklagt worden ist. Jetzt rollen wir nämlich diesen ganzen Fall einmal von einer ganz anderen Seite aus auf. Und wir fangen mit dem angeblichen Motiv an, dass die Polizei geglaubt hat, ganz schnell gefunden zu haben und das dann auch später im Prozess von der Staatsanwaltschaft übernommen worden ist. Erstens, es gibt nicht den Hauch eines Beweises dafür, dass Jim und Sandy sich trennen wollten oder dass Sandy irgendwie heimlich die Scheidung oder die Trennung von Jim geplant hat. Ganz das Gegenteil war der Fall. Alle, die die beiden gut kannten, Familienmitglieder, Freunde und vor allen Dingen auch ihre eigene Tochter Liz, die natürlich nach der Ermordung ihres Vaters sofort von London zurück in die Vereinigten Staaten geflogen ist, haben immer und immer wieder bei verschiedensten Gelegenheiten vor dem Prozess gesagt, dass die beiden wahnsinnig glücklich waren, dass sie sich gefreut haben auf ihre Zukunft und dass vor allem Jim auch seinen Ruhestand schon herbeigesehnt hat, weil es eben dann immer näher gerückt ist, dass die beiden ihren langgehebten Traum endlich sich erfüllen konnten, das Haus am Strand. Die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft im Prozess gegen Sandra Melger offensichtlich ganz bewusst genau diese Zeugen nicht im Zeugenstand befragt hat, die über die glückliche Beziehung von Jim und Sandy hätten Auskunft geben können, spricht Bände. Denn wenn das Motiv ja schon vorher feststeht, dann passt es natürlich nicht ganz in das Narrativ der Anklage, wenn alle Zeugen aussagen, dass von Scheidung weit und breit nichts zu sehen war, weil Jim und Sandy glücklich miteinander gewesen sind. Die Lebensversicherung in Höhe von 500.000 Dollar wurde über den Arbeitgeber von Jim in seiner IT-Firma abgeschlossen. Und auch wenn es nicht 100% bewiesen werden konnte, muss man davon ausgehen, dass Sandy davon überhaupt nichts wusste. Jedenfalls hat sie das danach dann auch so gesagt. 2. Bei der ersten Befragung von Sandra Melger durch die leitenden Ermittler, die ja schon einige Stunden, nachdem sie von ihrem Schwager Herman aus diesem Schrank befreit worden ist und gerade erfahren hat, dass ihr Mann brutal ermordet wurde, stattgefunden hat, wird sie massiv unter Druck gesetzt. Es wird sehr schnell in diesem Verhör klar, dass die Polizei überzeugt ist, dass sie etwas damit zu tun hat. Und darauf ist auch diese ganze Befragung aufgebaut. Sandra sagt immer wieder, dass sie Schmerzen in ihrem Kopf hat. Sie friert. Man merkt, dass sie sich immer wieder hier versucht, ihren Mantel ein bisschen enger zu ziehen. Sie hat noch nicht einmal Schuhe an. Sie sitzt da mit ihren Socken stundenlang in diesem Verhörraum. Und die Polizei redet ihr auch während dieser Befragung immer und immer wieder ein, dass es einen Streit zwischen ihr und Jim gegeben haben muss. Sandy sagt, dass sie sich an keinen Streit erinnern kann, dass es keinen Streit gegeben hat. Doch die Polizei treibt dieses Narrativ so weit, dass einer der leitenden Ermittler sogar vorgibt, Jim zu sein und Jim quasi imitiert, woraufhin Sandy völlig in Tränen ausbricht. Ich hatte es gerade vorhin schon ein oder zweimal erwähnt, aber es wird in diesem Verhör ganz deutlich, dass die Polizei Sandys Aussagen, dass sie Erinnerungslücken hat, dazu genutzt wird, um sie schuldig aussehen zu lassen, auch vor sich selbst. Ich weiß nicht, ob jemand, der mir gerade zuhört, schon einmal dabei gewesen ist, wenn jemand einen epileptischen Anfall hat. Ich war schon insgesamt viermal dabei, wenn ein Mensch einen epileptischen Anfall gehabt hat und ihr könnt mir glauben, das ist etwas, was man nicht mehr vergisst. Gedächtnislücken sind nach einem epileptischen Anfall keine Seltenheit. Ganz im Gegenteil. Und alle Symptome, die Sandra geschildert hat, sowohl nachdem sie aufgefunden wurde, als aber auch bei der Polizei in ihrer Befragung sprechen dafür, dass sie eben genau so einen Anfall gehabt haben könnte. Zumal sie eben die Symptome sehr gut aus ihrer Vergangenheit und aus zurückliegenden Anfällen kannte. Die Kopfschmerzen, die nach wie vor sehr stark sind. Der Schwindel, die Erinnerungslücken, die Tatsache, dass sie Urin abgesetzt hat und dass sie eben sehr verwirrt war, als Herman sie gefunden hat. Nur weil sie eine ganze Zeit lang vor diesem Ereignis keinen Anfall mehr gehabt hat, heißt es nicht, dass sie jetzt auch keinen gehabt haben könnte. Gerade durch plötzlich massiven körperlichen oder psychischen Stress können diese Anfälle ausgelöst werden. Sandy hatte noch dazu an diesem Abend nach langer Zeit wieder einmal Alkohol getrunken, auf den sie in der Regel wegen ihren Medikamenten verzichtet hat. Und sie kam noch dazu, gerade aus einer heißen Badewanne. Die Tage zuvor hatte sie auch sehr schlecht und wenig geschlafen. Ihre Schlafstörungen hatten sich in den letzten Wochen wieder einmal verstärkt. Und das alles zusammengenommen kann natürlich einen epileptischen Anfall triggern. Doch weder für die Polizei bei der ersten Befragung noch bei den weiteren Ermittlungen in diesem Fall noch für die Staatsanwaltschaft vor Gericht spielt das irgendeine große Rolle. Drittens. Die Tatsache, dass Sandra zwar die Hunde bellen hören konnte, allerdings den Todeskampf ihres Mannes mit dem oder den Einbrechern nicht mitbekommen haben soll, war ja ein gewichtiger Grund für die Polizei, dass sie sie als Lügnerin dargestellt haben. Dabei gibt es allerdings einige Dinge, die sehr wichtig sind und die man auf jeden Fall mitbedenken sollte. Zum einen ist es so, dass die Hunde, die im Garten waren, direkt vor dem Badezimmerfenster waren, als sie laut gebellt haben. Das heißt, in unmittelbarer Nähe von Jim und Sandy, die im Whirlpool gesessen haben. Was dazu kommt, ist, dass Jim, als er aufgestanden ist, um nachzusehen, was mit den Hunden los ist, die Tür des Badezimmers geschlossen hat. Außerdem war es so, dass Sandy ja dann noch weiterhin im Whirlpool gesessen hat und dieser Whirlpool war ja angeschalten. Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen von euch schon mal in einem Whirlpool gesessen sind. Ich gehe davon aus, aber das ist sehr laut. Diese Düsen und dieses Geblubber im Whirlpool haben einen gewissen Geräuschpegel. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass die Tür zu war vom Badezimmer, kann es durchaus sein, dass sie den Angriff auf ihren Mann zunächst nicht gehört hat. Aber selbst wenn man das jetzt nicht glauben kann und will, was weder Staatsanwaltschaft noch die Polizei offenbar getan haben, dann muss man doch trotzdem sagen, dass man schlichtweg nicht weiß und auch niemals wissen wird, was genau eigentlich passiert ist, nachdem Jim Melger das Badezimmer verlassen hat, um nach den Hunden zu sehen. Wenn es wirklich ein oder mehrere Einbrecher gewesen sind, die ihm dort vielleicht sogar schon im Haus entgegengekommen sind, könnten sie Jim überwältigt haben. Vielleicht waren sie vorher in der Küche und haben das Messer geholt und haben Jim direkt gepackt, ihn mit dem Messer bedroht, ihm den Mund zugehalten, ihn dann eben mit dem Messer bedroht Richtung Schlafzimmer gedrängt, dass er keinen Laut von sich gibt und somit hätte Sandy zunächst einmal überhaupt nicht mitbekommen können, was da draußen überhaupt vor sich ging. Es kann zum Beispiel sein, dass einer der Einbrecher Jim in Schach gehalten hat mit dem Messer und ein weiterer Einbrecher dann Sandy im Badezimmer überwältigt hat und der Kampf zwischen Jim und einem der Täter erst stattgefunden hat, nachdem Sandy bereits ihren Blackout hatte. Man kann doch nicht einfach davon ausgehen, dass Sandra lügt und nichts mitbekommen hat, wenn man überhaupt nicht weiß, wie dieser Angriff auf Jim überhaupt im Detail stattgefunden hat und das weiß niemand. Deswegen kann man das Ganze auch nur als sehr schwaches, wenn überhaupt als Indiz auf Seiten der Anklage bezeichnen und von dem Beweis einer Schuld von Sandra Melger ist das sehr weit entfernt. Viertens, Jim Melger hatte nicht nur 31 Stichverletzungen an seinem Körper, sondern darüber hinaus auch massive Verletzungen an seinem Kopf. Unter anderem war sein Kieferknochen angebrochen und auch andere Gesichtsknochen waren teilweise zersplittert. Seine Knochen um die Augenhöhlen waren ebenfalls gebrochen. Das heißt, dass jemand entweder mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen haben muss oder ihn mit der Faust so hart im Gesicht getroffen haben muss, dass diese Verletzungen überhaupt entstehen konnten. Es hat einen und das haben sogar die Ermittlungen selbst von der Polizei und der Spurensicherung bestätigt, einen massiven Kampf gegeben zwischen Jim und seinem Angreifer. Die Frage, die man sich also automatisch stellen muss, vor allen Dingen, wenn man Sandra Melger jetzt der Tat beschuldigt ist, wo die Blutspuren und die Verletzungen an ihrem Körper sind. Die sind nicht da. Sandra Melger hatte keinerlei Blutspuren auf ihrem Körper, als sie gefunden worden ist. Sie hatte auch keine Verletzungen an ihren Händen. Wenn man jemand mit der Faust mehrfach ins Gesicht schlägt, dann sieht man das im Anschluss an der eigenen Hand. Sandra hatte nicht einen Kratzer. Nirgends. Weder in ihren Haaren noch an ihrem Körper noch unter ihren Fingernägeln wurde auch nur ein Hauch einer Blutspur oder sonst irgendetwas gefunden. Und in dem Zusammenhang muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob an Jims Körper irgendetwas von Sandra gefunden wurde. Aber auch das war nicht der Fall. An Jims Körper war keinerlei DNA oder Spuren von Sandra zu finden. Jetzt könnte man an dieser Stelle natürlich argumentieren, dass Sandra ja genug Zeit gehabt hätte, die Spuren an abzuwaschen. Indem sie zum Beispiel nach dem Angriff auf Jim, bei dem sie mit Blut besudelt gewesen sein muss und wo sie auch überall Spuren gehabt haben muss an ihrem Körper, einfach duschen gegangen sein könnte, um das Blut abzuwaschen. Oder auch im Waschbecken sich grob irgendwie das Blut weggewischt haben könnte oder ähnliches. Doch auch das kann widerlegt werden. Denn sowohl die Dusche im und auch die Spüle in der Küche wurden explizit von der Spurensicherung auf Blut untersucht und nirgendwo war auch nur ein einziger Blutspritzer zu sehen. Dementsprechend kann es nicht sein, dass Sandra Melger sich von Blut befreit hat. Außerdem gibt es auch einfach Spuren, das liest man auch immer wieder, die selbst wenn man sehr gründlich ist, nicht unbedingt beseitigt werden können, wie zum Beispiel tief unter den oder der gleichen. Aber bei Sandra Melger war nichts zu finden und sie hat auch kein Blut irgendwo in ihrem Haus abgewaschen. Fünftens Die Polizei hat ja ohnehin eigentlich schon von Anfang an kategorisch ausgeschlossen, dass in dieses Haus überhaupt eingebrochen worden ist. Und der Grund dafür war, weil es keine Einbruchsspuren gab. Weder an der Vorder- noch an der Hintertür. Doch das heißt doch jetzt ganz einfach durch die Garage und dann anschließend durch die Tür in der Garage die ins Haus führt hineinspazieren konnte. Die Garage war offen. Herman konnte ins Haus. Warum sollten dann Einbrecher in der Nacht nicht denselben Weg genommen haben? Seit wann müssen Einbrecher dann immer automatisch durch eine Vorder- und eine Hintertür in ein Haus ein brechen, wenn sie eine offene Garage vorfinden? Sechstens Der Beweis für die Polizei, dass es keinen Einbruch gegeben hat, führen sie aber nicht nur darauf zurück, dass es keine Einbruchsspuren gab, sondern auch, weil im Haus einfach Dinge von Wert noch offensichtlich herumgelegen haben. Sandras Tochter Liz hat eine lange Liste angefertigt von Dingen, die sehr wohl aus dem Haus gestohlen worden sind. Darunter zum Beispiel auch ein Fernseh der Melgas, der auf einer Kommode stand. Sogar das Kabel hing noch heraus aus der Wand, als die Polizei zum ersten Mal ins Haus kam. Und es gab Dutzende Zeugen, die im Anschluss belegen konnten, dass an dieser Stelle im Haus ein Fernseh gestanden hat. Aber auch Schmuck, zwei Spielekonsolen und auch einiges an Bargeld aus sowohl Gyms als auch aus Sandys Portemonnaie haben gefehlt. Siebtens DNA DNA. Und da sind wir jetzt wirklich bei der Spitze des Eisberges angekommen, wenn wir über diesen Fall und vor allen Dingen über diese unheimlich schlampigen Ermittlungen, die da stattgefunden haben und die dann zu diesem Prozess überhaupt geführt haben kommen. Sandys Tochter Liz hat zwei Tage nach dem Mord an ihrem Vater in der Garage unter dem Wagen von Jim Melga einen Rucksack gefunden. Und in diesem Rucksack hat Liz dann einige Gegenstände aus dem Haus gefunden. Unter anderem zum Beispiel einige Xbox Spiele, die Spielekonsole an sich und auch noch andere Dinge aus dem Haus. Es hat noch viel mehr gefehlt wie zum Beispiel der Fernseh, Bargeld, Schmuck und so weiter. Aber einige Dinge, die auch nicht mehr im Haus waren, sofort aufgefallen ist und auch Sandy waren in diesem Rucksack in der Garage unter dem Auto. Zunächst einmal muss man sagen, dass es wieder einmal von der Qualität dieser Ermittlungen zeugt, dass dieser Rucksack nicht von der Polizei gefunden worden ist, die ja das Haus durchsucht haben, die Garage aber offensichtlich gar nicht mal so sehr. Deswegen ist es peinlich, aber nicht verwunderlich, dass der Rucksack ist allerdings, dass an ihm DNA Spuren gesichert werden konnten. An diesem Rucksack wurde eine unbekannte weibliche DNA Spur gefunden, die zu niemanden in der Familie passt. Und weil wir gerade schon bei dieser fremden weiblichen DNA Spur an diesem Rucksack sind, machen wir mit ihr gleich weiter. Denn diese DNA wurde auch an verschiedenen Stellen innerhalb des Hauses gefunden, so zum Beispiel an einer Kommode im Schlafzimmer und auch an einem Schmuckkästchen, das ebenfalls auf dieser Kommode stand. Offensichtlich hat die Frau, die diese DNA Spur hinterlassen hat, dieses Kästchen aufgerissen und darin herum gebühlt. Deswegen konnte man eben auch ihre DNA Spur finden. Aber das ist noch nicht alles. Neben dieser fremden weiblichen DNA Spur wurde im Haus der Melgas auch an verschiedensten Orten eine männliche fremde DNA Spur gefunden, die ebenfalls zu niemanden in der Familie passt, da sie abgeglichen worden ist. Diese männliche DNA Spur wurde unter anderem an verschiedenen Tür Knaufs in dem Haus gefunden. Das heißt, dass dieser Mann verschiedene Türen geöffnet haben muss. Er hat sie angefasst und dort seine DNA hinterlassen. Es kommt aber noch besser. Die männliche DNA Spur wurde nicht nur im Prinzip überall im Haus gefunden und an den Tür Knaufs, sondern auch an den Fesseln, mit denen Sandy die Arme und auch die Knöchel zusammen gebunden worden sind. Sowohl an dem Schal als auch an dem Seil wurde dieselbe männliche DNA Spur sichergestellt. Es ist also ganz offensichtlich, dass sich ein Mann und eine Frau im Haus der Melgas aufgehalten und ihre DNA an den Orten hinterlassen haben, die eindeutig dafür sprechen, dass es ein Einbruch war, der dort stattgefunden hat. Tür Knauf, Fesseln, Schmuckkästchen, das hatte genau die Gegenstände, die jemand mit einer fremden DNA Spur versehen hat. Im Wandschrank im Schlafzimmer, vor dem Jim Melga tot auf dem Boden liegend aufgefunden worden ist, war ja seine Waffe, wo man davon ausgeht, dass er diese Waffe noch erreichen wollte. Aber in diesem Schrank war auch der Safe der Familie Melga auf dem Boden gestanden. Es kann also sein, dass der oder die Täter genau zu diesem Safe gelangen wollten. An diesem Safe fand man eine Blutspur und innerhalb dieser Blutspur auch einen, wenn auch verwischten Fingerabdruck. Es wäre natürlich von immenser Bedeutung gewesen, sowohl die Blutspur an sich, als aber natürlich auch den Fingerabdruck zu sichern und eventuell DNA Spuren an diesem Handle dieses Safe. Denn damit hätte man natürlich zum einen herausfinden können, von wem das Blut stammt, von wem der Fingerabdruck vielleicht stammt, wenn derjenige in der Datenbank registriert ist, wegen einem anderen Verbrechen und drittens und am allerwichtigsten, man hätte herausfinden können, ob die DNA, die sich an diesem Öffner des Safe befunden hat, vielleicht dieselbe DNA war, wie die von der unbekannten Frau oder die des unbekannten Mannes. Denn dann wäre es ein weiteres Indiz gewesen, dass irgendjemand versucht hat, den Safe zu öffnen. Doch das hat man nicht getan. Man weiß nicht, wer diese Blutspur am Safe und ob DNA an diesem Safe von wem auch immer gewesen ist, das weiß man auch nicht. Denn man hat es nicht getestet. Und die Frage stellt sich wirklich, warum nicht? Ich meine, das ist doch wirklich absolut verrückt. Man testet in diesem Haus ohnehin jetzt nicht sehr viele Spuren, wenn man bedenkt, wie es da ausgesehen hat und wie viel man hätte eigentlich noch sichern können. Aber wird einem quasi auf dem Silbertablett ein verwischter Fingerabdruck an einem Safe mit jeder Menge Blut präsentiert und man entscheidet sich dazu, diesen Beweis nicht zu sichern. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört und nicht gesehen. Achtens, neben dem Messer, also der Tatwaffe, die ja, wie ich euch vorher schon sagte, im Whirlpool, im Wasser liegend gefunden worden ist, fand man aber darüber hinaus in diesem Whirlpool noch ein Handtuch, das Jim und Sandy Melga gehört hat und auch eine Bluse, eine weiße Bluse, die ebenfalls in diesem Whirlpool lag, als die Polizei ankam. Diese Bluse wurde dann aus dem Whirlpool herausgenommen und von der Spurensicherung getrocknet und anschließend konnte man dann erkennen, dass sich auf der Bluse Blut befunden hat. Allerdings konnte man wohl nicht herausfinden, zu wem dieses Blut gehört. Warum genau, das weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, es ist nur eine laienhafte Theorie von mir, dass dadurch, dass die Bluse stundenlang im Wasser gelegen hat, sich die Bestandteile des Blutes auf der Bluse so zersetzt haben, dass nichts brauchbares mehr herauszufinden war. Das weiß ich aber nicht. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es daran lag. Allerdings hat die Tatsache, dass man eben überhaupt keine Spuren auf dieser Bluse mehr hat sichern können, die Polizei und auch vor Gericht die Staatsanwaltschaft nicht davon abgehalten, zu behaupten, dass diese Bluse Sandra Melga gehört. Sandra trug Größe L. Die Bluse war Größe M. Und Sandra hat von Anfang an gesagt, dass es nicht ihre Bluse ist, dass sie diese Bluse nicht kennt. Es wurden dann aus den letzten Monaten, Wochen und Jahren von Sandra aus ihren Fotoalben herausgesucht, um herauszufinden, ob sie irgendwo diese Bluse trägt. Aber das war nicht der Fall. Und sie hat auch gesagt, dass sie diese Bluse nicht kennt. Trotzdem hat die Polizei behauptet, dass Sandra diese Bluse beim Angriff auf Jim getragen hat und sie anschließend dann ausgezogen und gemeinsam mit der Tatwaffe in den Whirlpool hineingeworfen hat, um Spuren zu vernichten. Ja, meine Lieben, ich weiß, es ist sehr viel, aber wir sind mit wirklich diesem Wahnsinn, der mit diesem Fall einhergeht, noch nicht am Ende und kommen jetzt zu Punkt Nummer 8. Und auch hier man fragt sich einfach nur, was bei diesen Ermittlungen überhaupt richtig gelaufen ist. Erinnert ihr euch noch an den Stuhl, den ich erwähnt habe, als ich euch erzählt habe, wie sich die Polizei eigentlich vorstellt, dass Jim Melga zu Tode gekommen sein soll? Die Polizei hat gesagt, dass Sandy, um ein Liebesspielchen mit Jim im Schlafzimmer zu veranstalten, nur um ihn dann anschließend umzubringen, einen der Stühle aus dem Esszimmer hinauf ins Schlafzimmer geschleppt hat. Jim sollte sich dann auf den Stuhl setzen, Sandy hat ihn gefesselt und dann kam es eben zum Mord. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, da hat die Polizei auch tatsächlich einen Punkt. Denn was macht dieser Stuhl überhaupt im Schlafzimmer? Ein Ein Einbrecher würde ja wohl kaum einen Stuhl von der Küche aus ins Schlafzimmer schleppen, dass Jim Melga sich dann da drauf setzt. Das macht natürlich alles keinen Sinn. Deswegen ist es nicht weit hergeholt, dass man davon ausgeht, dass Sandy oder auch Jim selbst den Stuhl von der Küche ins Schlafzimmer gebracht hat. Wenn man sich allerdings einmal die Mühe gemacht hätte, nachzufragen, dann hätte man auch ganz schnell herausfinden können, dass dieser Stuhl nicht seit wenigen Stunden in diesem Schlafzimmer steht, sondern seit mehreren Monaten. Und dafür gab es auch einen Grund. Der Stuhl stand direkt am Ehebett der Melgas und auf diesem Stuhl lag eine blaue Decke oder ein blaues Handtuch und ein Blick auf dieses blaue Handtuch genügt und man weiß genau, was dieser Stuhl für einen Sinn hatte, denn wenn auf diesem Stuhl beziehungsweise auf diesem Handtuch das auf dem Stuhl lag, gibt es jede Menge weiße Haare und diese Haare stammen von Jim und Sandys Hunden. Diese Hunde sind sehr klein, also so ein Shibawa oder so ein Pomeranian, das sind ja sehr kleine Hunde und dadurch, dass die Hunde eben gerne im Bett von Jim und Sandy waren, haben sie den Stuhl dorthin gestellt, dass es für die Hunde leichter ist, vom Stuhl aus in das Bett rein zu kommen. Oftmals haben die Hunde auch auf dem Stuhl geschlafen, deswegen sind da auch so viele weiße Haare und dass der Stuhl schon seit längerem dort stand, hätte auch ganz leicht bewiesen werden können, denn er hat tiefe Abdrücke im Teppichboden im Schlafzimmer hinterlassen und solche Abdrücke entstehen nur dann, wenn ein Gegenstand seit einer gewissen Zeit, das man auch berechnen kann, an einer Stelle steht. Wäre der Stuhl von Sandy, wie von der Polizei behauptet, für ein Liebesspielchen spontan von der Küche ins Schlafzimmer geschleppt worden und dorthin gestellt worden, dann hätte es diese Abdrücke im Boden nicht gegeben. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Einschätzung der Polizei, dass Jim auf Sandy schlichtweg auch überhaupt nicht zu dem Spurenbild passt. Es gibt zwar einige Blutspritzer auf dem Stuhl, allerdings wäre Jim wirklich im Sitzen gefesselt dort erstochen worden, es wäre 30 Mal auf ihn eingestochen worden, dann hätte dieser Stuhl von oben bis unten mit Blut besudelt sein müssen. Doch das war überhaupt nicht der Fall. Es gab ein, zwei Spritzer, die eher dafür sprechen, dass Jim vielleicht auf der Flucht vor den Tätern Richtung ins Schlafzimmer sich an diesem Stuhl festgehalten hat. Vielleicht hat er zu diesem Zeitpunkt schon geblutet. Vielleicht ist er über den Stuhl drüber gefallen und hat dann diese Blutspuren dort hinterlassen. Das ist das Spurenbild, das sich an diesem Stuhl zeigt. Und nicht, dass jemand dort auf diese Art und Weise im Sitzen getötet worden ist. Neuntens der verweigerte Lügendetektortest von Sandy Melger. Ja, es stimmt, die Polizei hat Sandy bei der ersten Befragung angeboten, einen Lügendetektortest zu machen, um sich zumindest in den Augen der Polizei teilweise entlasten zu können, was Sandy abgelehnt hat. Was sie dann automatisch in den Augen der Ermittler verdächtig gemacht hat. Denn wenn jemand unschuldig ist, dann kann er doch einen Lügendetektortest machen. Was soll da schon schief gehen? Leute, die einen Lügendetektortest verweigern, die müssen automatisch Dreck am Stecken haben. Wenn man sich die Statistik von Lügendetektortests ansieht, dann sieht man, dass sie sehr wohl eine gewisse Aussagekraft haben können. Aber Beweis von Schuld oder Unschuld kann ein Lügendetektor nicht bringen. Nicht umsonst sind die Ergebnisse solcher Tests vor Gericht nicht zugelassen. Dafür gibt es einen Grund. Sandy hat später ausgesagt, dass sie den Lügendetektortest abgelehnt hat, weil ihr selbst sehr schnell schon am Anfang in dieser Befragung klar geworden ist, dass die Polizei den Verdacht hat, dass sie etwas damit zu tun hat. Sie hat dann auch noch mehr Angst bekommen. Sie hatte Kopfschmerzen, ihr war kalt, sie war unsicher und sie war 15 Stunden lang in einem Kleiderschrank gefesselt eingesperrt. Sie war völlig durcheinander und sie hat einfach gesagt, dass sie Angst hatte, diesen Test eventuell aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Verfassung jetzt nicht bestehen zu können und dass die Polizei ihr dann noch weniger glaubt als ohnehin schon. Die Polizei hat trotz eines Hinweises auf einen Einbruch gar nicht weit weg vom Haus der Melgas in den Wochen zuvor sich nie groß die Mühe gemacht, vielleicht doch nach möglichen Einbrechern zu suchen und das obwohl es ja auch fremde DNA Spuren im Haus gab. Möchte ich nur noch mal daran erinnern. Ein Mann, der ganz in der Nähe von Jim und Sandra Melga gewohnt hat, wurde erst wenige Wochen vor dem Mord an Jim Melga aus dem Gefängnis entlassen und es gab einige Zeugen, die gesagt haben, dass dieser Mann sich nach dem Mord an Jim auffällig oder seltsam verhalten hat. Ich konnte leider nicht herausfinden, wie sich dieses auffällige Verhalten bei diesem Mann gezeigt hat, aber ich habe eben gelesen, dass er ja einfach einige komische Verhaltensweisen hatte, die ihn verdächtig gemacht haben. Außerdem, wie gesagt, war er frisch aus dem Gefängnis entlassen. Es wäre also für die Polizei durchaus ein Anhaltspunkt gewesen, doch einmal mit diesem Mann zu sprechen. Das hat man nicht getan, denn als die Polizei beim Haus dieses Mannes ankam, war er nicht zu Hause, weswegen man ihm einfach eine Visitenkarte in den Briefkasten geworfen hat, mit der Bitte doch mal zurückzurufen, was dieser Mann nie getan hat und was dann auch im Anschluss für die Polizei keine Rolle mehr gespielt hat, denn man hat nie mit ihm gesprochen und man hat auch anscheinend nicht versucht, irgendwie herauszufinden, wer eventuell für den Tod von Jim Melga verantwortlich sein könnte oder wer in dieses Haus eingebrochen sein könnte. Zehnter und damit auch letzter Punkt. Herman Melga und seine Frau Maria, genauso auch ihre beiden Töchter, waren die wichtigsten Zeugen überhaupt in diesem Fall. Und als die Polizei am Haus der Melgas angekommen ist, haben sie auch mit Herman gesprochen. Und Herman hat erzählt, wie das überhaupt alles abgelaufen ist, dass niemand die Tür aufgemacht hat, dass er dann hinein ins Haus ist, dass alles dunkel war, dass er Sandy dann eben gefunden hat, wie er sie aufgefunden hat. Das hat Herman einem Streifen einem zuerst am Haus angekommen ist, auch so erzählt. Und Herman hat an diesem Tag, aber auch immer wieder in den Wochen und Monaten danach gesagt, dass er unheimliche Schwierigkeiten hatte, Sandra von ihren Fesseln zu befreien. Alleine der Schal, der ihre Knöchel zusammengehalten hat, war schon wirklich eine Mammutaufgabe für ihn, bis er den aufgebracht hat. Aber er brauchte eine Schere, um sie von den Fesseln an ihren Händen zu befreien. Er hat sie nicht aufbekommen. So fest war das alles verknotet, sodass sie sich da niemals hätte draus befreien können und sie hätte das auch laut Hermans Aussage, der die Fesseln ja dann am Ende aufschneiden musste, niemals selbst da so rumwickeln können. Das heißt also, dass Hermann Melger alleine dadurch, dass er der Erste war, der überhaupt in dieses Haus kam, dieses ganze Chaos gesehen hat, der seinen Bruder fand, der Sandy fand, der wichtigste Zeuge überhaupt ist. Und Hermann Melger wurde nach diesem Abend nie wieder von der Polizei zu irgendetwas befragt. Als sich die beiden Ermittler, die für diesen Fall dann überhaupt zuständig gewesen sind, eingeschalten haben, Sandy befragt haben und alle Spuren aufgenommen haben, haben sie niemals mehr mit Hermann gesprochen. Und ich habe schon viel True Crime Fälle in meinem Leben gesehen und gehört und ich habe auch schon unheimlich viele Gerichtsprozesse in der Vergangenheit gesehen, aber dass leitende Ermittler, Staatsanwälte, Ankläger den Auffindungszeugen nicht befragen oder befragen wollen. Noch unfassbarer als diese Tatsache ist jetzt allerdings das Urteil, das über Sandra Melger verhängt worden ist und das trotzdem, dass natürlich ihre Verteidigung viel ausführlicher und detaillierter über die zehn Punkte gesprochen hat, die ich euch jetzt hier aufgezählt habe und noch vieles vieles mehr, was ihre Verteidigung in diesem Prozess eingebracht hat, um Sandra Melger zu verteidigen. Dinge, die ich euch jetzt hier, weil es einfach den Rahmen sprengen würde, gar nicht im Detail so aufzählen habe können, wie das jetzt im Gerichtsprozess war. Trotzdem wurde Sandra Melger schuldig gesprochen und verurteilt zu 27 Jahren Gefängnis. Ein Sieg zumindest für Staatsanwältin Colleen Barrett, die interessanterweise die vierte Staatsanwältin war, die diesen Fall hat verhandeln sollen. Die drei, die man vor ihr gefragt hat, haben das abgelehnt, vor Gericht zu ziehen. Einfach wegen der dünnen beziehungsweise kaum existenten Beweislage gegen Sandra Melger wollten sie sich nicht auf diesen Prozess einlassen. Ja, Colleen Barrett hat ihn dann angenommen, weil sie sich sicher war, dass sie einen Schuldspruch erreichen kann, was ihr ja im Prinzip auch gelungen ist. Und ich habe bei meiner Recherche in einem Artikel auch gelesen, dass Colleen Barrett das wahrscheinlich deswegen gemacht hat, weil sie dringend einen Sieg gebraucht hat, denn in ihrer Vergangenheit gab es einige Dinge, die auch mit schlechten Arbeitsweisen von ihr zu tun gehabt haben, so möchte ich das jetzt einfach mal sagen, die dazu geführt haben, dass sie ihren Namen schleunigst reinwaschen muss und da sie Sandra Melger wie auch immer hinter Gitter gebracht hat, ist ihr das auch gelungen. Wie es sein kann, dass dieser Prozess mit einem Schuldspruch für Sandra Melger geendet hat, das ist der Justizskandal, über den wir hier eigentlich sprechen und den ich euch am Anfang in diesem Video angekündigt habe. Ich weiß es nicht, wie das hat sein können. Ja, meine Lieben, wie immer am Ende meiner Videos möchte ich euch auch in diesem Fall meine persönliche Meinung nicht vorenthalten. Und auch wenn es das eine oder andere in diesem Fall gibt, Details, auf die man sich vielleicht nicht gleich einen Reim machen kann oder für die man vielleicht keine Erklärung findet, wie zum Beispiel, dass Sandra Melger keine direkten Spuren dieser Fesselung an ihren Handgelenken, nachdem sie dann irgendwann fotografiert wurde, mehr hatte oder auch, dass die Einbrecher, die Täter, keine Waffen offensichtlich mit sich geführt haben und die Tatwaffe, das Messer und auch das Fessel Werkzeug sich erstmal im Haus zusammensuchen mussten oder zum Beispiel auch, was ich euch noch gar nicht gesagt habe, dass die Nachbarn der Melgers in der Nacht kein Hundegebell gehört haben, sind für mich ganz persönlich trotzdem überhaupt kein Beweis oder ein Grund dafür, Sandra schuldig zu sprechen. Nachbarn können einen sehr tiefen Schlaf haben und es gibt eben auch dumme Einbrecher, die sich vorher nicht großartig Gedanken machen, was sie denn alles in ein Haus mitnehmen könnten, um sich eventuell zur Wehr zu setzen. Es könnte auch ein spontaner Einbruch gewesen sein, weil im Haus von Jim und Sandy alles dunkel gewesen ist und sie ja Weihnachten nicht gefeiert haben, dementsprechend das Haus nicht beleuchtet oder dekoriert gewesen ist. Es war ja kurz vor Weihnachten, vielleicht haben die Täter auch gedacht, dass niemand zu Hause ist und sind deswegen einfach durch die Garage ins Haus und sind dann eben auf die Hunde und gleichzeitig dann kurz danach auf Jim Melga getroffen und waren einfach unvorbereitet. Das alles kann sein. Aufgrund dessen jemanden 27 Jahre hinter Gitter zu schicken, obwohl man zwei fremde DNA Spuren und noch vieles vieles mehr in diesem Haus gefunden hat, das hat den Titel Justizskandal tatsächlich verdient, wie ich finde. Hat Sandra Melga ihren Mann umgebracht und das alles inszeniert? Ich weiß es nicht. Glaube ich persönlich, dass sie es war? Nein. Glaube ich, dass man sie hätte freisprechen müssen? Ja, auf jeden Fall. Vor Gericht, vor jedem rechtmäßig rechtsstaatlichen Gericht dieser Welt, geht es nicht darum, was man glaubt oder denkt oder annimmt oder vermutet. Es geht darum, was man zweifelsfrei beweisen kann. Wenn jemand sagt, der X oder der Y ist ein Mörder und ihn deswegen anklagt, dann sollte er das auch beweisen können. Und das ist in diesem Fall meiner persönlichen laienhaften Meinung nach nicht einmal ansatzweise der Fall gewesen. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses sehr langen und ausführlichen Videos angekommen und ich hoffe, ihr konntet trotz der vielen Informationen und auch der Länge den roten Faden behalten. Schreibt mir bitte gerne unten in die Kommentare eure Meinung. Wie schätzt ihr diesen Fall ein? Was glaubt ihr, was passiert ist? Wie findet ihr das Urteil, das über Sandra Melger gefällt worden ist? Ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass es jetzt wohl einige Menschen gibt, die sich auch für sie einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass der Fall wieder neu aufgerollt wird und das kann man wirklich einfach nur hoffen, zumindest wenn man wie ich von ihrer Unschuld und vor allen Dingen davon, dass sie bei dieser Beweislage niemals hätte schuldig gesprochen werden dürfen, ausgeht. Aber mich interessiert natürlich, was ihr denkt. Vielleicht seid ihr völlig anderer Meinung und könnt mir das auch wie immer gut begründen. Also schreibt mir bitte euer Feedback zum Video und natürlich in allererster Linie zum Fall unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt und freue mich schon, was von euch zu lesen. Damit verabschiede ich